Na egal, naja, Hälte, wir sind einfach mal wieder bei einer weiteren lustigen Runde. Luna spielt hier lustige Spiele, die er im Internet findet. Und zwar geht es heute um, äh, Who is this man? Und wir wissen alle, wer dieser eine Mann ist, der zu uns neu die Nachbarschaft zog. Meine Güte. Da will man mal einfach so eine Ruhe haben und schon kommen wieder Friedens, äh, Unstifter, Unfriedensstifter, Frieden, Frieden. Sprachen lernen, Bubble. Frieden, Frieden, Frieden. Aber wir nehmen heute mal nicht die Ausfahrt. Ich finde es sowieso allgemein sehr komisch, dass die deutsche Schrift ist mit Volumen. Mh, meinen Sie damit mein vollprächtiges Haar? Mh, gar nie. Mit dem neuen Fructis heißes Volumen 48 Stunden. Mit dem Auszeit, wir lassen mal die deutsche Sprache drin. Und starten einfach mal unseren Einzug in die neue Nachbarschaft. Ich bin gespannt, wer denn unser Nachbar sein wird. Oh. Oh, hab ich noch direkt erkannt. Diese Grafik ist auch atemberaubend. Diese Motoren-Geräusche. Dieses Spiel ist an sich sehr ausgefeilt. So. Ich würde gerne unseren neuen Nachbarn begrüßen. Täter das Spielladen. So, Hallöchen. Ich bin neu in der Nachbarschaft. Eingezogen. Ja, moin. Grüß Gott. Alter, wie läuft der denn? Puh. Grüß Sie wohl. Hier ist der neue Nachbar. Alles cool bei dir? Ich wollte nochmal Brot und Spiele vorbeibringen. Da hüpft er schon. Ganz entspannt über die Nachbarschaft. Grüß Sie wohl. Herr Hitler. Ich bin ein großer Freund, großer Fan ihrer Arbeit. Oh mein Gott, er hat mich in sein Schlafzimmer gesperrt. Jetzt wissen wir. Was können wir eigentlich tun? Ich habe keine Ahnung von der Steuerung, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, was unten rechts ein komisches Symbol ist. Sie können nach 23 Uhr schlafen. Ach, es gibt Tag- und Nachtwechsel. Das ist schön. Ich bin bei mir im Haus. Er hat mich also in mein eigenes Haus gesperrt. Oder aber er hat mich in sein Haus, in sein Schlafzimmer gesperrt. Vielleicht hat der Herr Hitler etwas Schönes mit mir vor. Ich weiß ja nicht, was er in seinem Bett so treibt. Nichtsdestotrotz. Ein Haus ist sehr leer. Ein Haus muss gefüllt werden. Ein heiß, genau. Ein heißer Mann braucht auch heiße Sachen. Ich habe Trash. Jojo. Ich glaube, das ist gar nicht Hitlers Bude, oder? Nein, das ist meine. Jetzt habe ich mein eigener Pulver unreinigt. Oh, nö. Aber es ist sehr schön hier mit der Gasengesprache. Oh, guck doch mal. Sogar Effekte auf der Kamera. Ähm. Bist du ein Einbrecher? Hilfe! Einbrecher! Hilfe, mich verhauen! Herr Hitler, helfen Sie mir! Hier gibt es sogar Einbrecher in meinem fucking Haus. Nichts da, Alter. Herr Hitler, ich habe ein Geschenk für Sie. Herr Hitler, wo sind Sie denn? Was kann ich hier eigentlich tun in der Umgebung? Ich kann mich ja mal umgucken. Kann ich hier drüber hüppen? Die Road ist auf jeden Fall geschlossen. Ach, ne, hier geht es nicht weiter. Okay, das ist nur für den Anbrecher. Alles klar. Das heißt, ich muss einfach rüber in sein Haus. Hm. Also, so verschließe ich mein Auto auch immer mit einem riesigen Vorhängen geschlossen. Was ist das für ein Nummernschild? Herr Hitler! Sie haben da Leichen in den Garten. Ich brauche eine Schaufel. Okay, dann werde ich mich gleich mal um die Schaufel tümmern. Ich wollte Ihnen nur mein kleines Geschenk dalassen. Was sind hier Feindes drin? Warte mal. Kann man die Box einfach... Ich kann die Box einfach nehmen und werfen. Aber das ist ja sein Müll. Ich will ja meinen Müll zu ihm bringen. Hier, ein Geschenk für sie. Der mag mich. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Alles cool, Herr Hitler. Alles cool? Alles cool? Ey, renn doch nicht so. Noch ein Einbrecher. Einbrecher. Jürgen, Hitler. Was willst du von mir? Hitler, du bist gemein. Du haust mich einfach. Ich bin doch schon längst wieder bei mir. Mensch, Hitler. Ich dachte, wir könnten Freunde werden. Gemeinsam doch so reich übernehmen. Gut, dann werde ich mich einfach bei ihm reinschleichen. Vielleicht ist ja in seinem Berichtkasten irgendwas drin. Nein. Keine geheimen Botschaften von der Gestapo. Gut, da ist ein Bewegungsmilder vor seinem Haus. Das wäre vielleicht also ganz klug, von der Seite irgendwie reinzugehen. Kann ich hier hochklettern vielleicht? Ey, cool wäre es ja, wenn man da reinklettern könnte. Hitler ist doch in Ordnung. Polizei! Herr Hitler verprügelt mich. Ne, es ist der Postmann. Herr Postmann, helfen Sie mir! Hitler verkloppt mich einfach immer. Vielleicht habe ich ja noch was im Auto. Ich kann doch bestimmt hier hinten irgendwas Schönes. Kann ich nicht. Man kann die Autos nur auf und zu machen. Okay. Wie er da rumschleicht. Sneaky, sneaky, kleiner Senior. Das heißt, wenn ich von vorne rangehe. Er läuft aber auch wirklich grotesk. Herr H., wo sind Sie? Da ist er ja. Was hat er vor? Aber der Post-Botogramm schon. Warum bist du wütend? Ich bin doch auf der... Ey, darf ich nicht mal auf die Straße oder was? Warte mal, ich packe den Brief ein bisschen da rein. Das ist mein Grundstück. Verpissen Sie sich. Verpissen Sie sich. Stuhl. Irgendwas. Ich muss was schmeißen. Stuhl. Der schmeißt nach mir mit Dingen. Der hört einfach Obst auf mich. Verpiss dich. Das ist ja ein asozialer Hitler, ey. Ich wollte Sie doch nur ganz freundlich nachbarschaftstechnisch begrüßen. Darf ich nicht mal in Ihr Haus gehen oder was? So, ich nehme aber mal Ihren Brief. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, was ich mit dem machen kann. Aber ich kann die bestimmt für irgendwas benutzen. Cargobox. Kann ich da was reinschmeißen? Infos oder sowas? Ich habe da einfach mal den Brief reingeworfen. Ich komme jetzt aber kaum noch raus. So. Hitler ist auf der Straße. Ich habe keine Ahnung, was der vorhat. Der sneakt sich da so rum. Will der einfach in mein Haus einbrechen? Das ist eine ganz interessante Sache. Ich schleiche mal einfach so ein bisschen rum. Und schau mal, was der macht. Okay, der sneakt einfach nur draußen vor seinem Haus rum. Und versucht, Einbrecher fernzuhalten. Aber Hitler. Das ist doch nicht die feine Art. Kann ich vielleicht in meine Müll mal gucken? Vielleicht kann ich mich noch reinsetzen einfach. Nee, kann ich nicht. Kann ich mich von hinten irgendwie an sein Haus? Von Zaun hoppen kann ich nicht. Okay, dann versuch ich mal einfach von hinten irgendwie in der Nacht. Der kommt schon wieder raus. Scheiße, ich werde schnell weg. Los, vorsichtig sein. Wo ist der Hitler? Der geht nach oben, okay. Vielleicht komme ich von hinten irgendwie ran. Wie er einfach auch, guck doch mal, wie süß er einfach ein Foto von sich selbst hat. Ich brauche eine Schaufel. Da steht ja der Einbrecher. Gut, in meinem Haus gibt es natürlich viel noch zu holen. Ob er das gehört hat? Ich weiß nicht, wie gut die KI vom Spiel ist. Ich werde mich umschauen in aller Uhr. Ich muss nur eine Mutter entfernen. Am Start, die wir brauchen. Hier ist aber nichts Spannendes drin. Taschenlampe. Kann ich die Einheit ausmachen? Nee, kann ich nicht, oder? Hitlers geheimer Safe. Hitlers geheimer. Kleiner, interessanter Safe. Da sind bestimmt die Gestapo-Unterlagen drin. 100 Pro. Die Sachen für die... Für die Reisscheibe. Für das UFO. Okay, da ist gar nichts. Machen wir mal die unteren Sachen auf. Ich höre was. Gruselige Geräusche. Ich gucke, ob die unter dem Bett verstecken. Hier in seinem Schlafzimmer ist doch bestimmt... Ich werde garantiert nicht die Glock benutzen. 100 Pro, die macht bestimmt Lärm. Hier ist einfach auch nichts, ey. Ich höre jemanden auf dem Rasen rum. Okay. Heimlich. Ich bin mal ein bisschen angespannt, muss ich gestehen. Das klingt nicht gut. Ich bin doch viel zu vorsichtig für solche Spiele. Ihr kennt mich ja. Ich bin ein kleiner Schisser. Ich glaube, er kommt hierher. Abwarten. Abwarten. 2000 Jahre später. Sein Laptop sind bestimmt irgendwelche Unterlagen. Fuck. Er ist außen. Er jumpt da ganz entspannt draußen rum. Das heißt, ich habe Zeit. Ich kann hier also auch mal rumrennen. Ich muss hier umgucken. Überall. Vorschlaghammer. Geil. Ob ich ihn damit umnutzen kann? Ich verstecke mich einfach mal heimlich. Und gucke, was passiert. In der Zeit können wir uns ja ein bisschen unterhalten. Also ich finde dieses Spielsystem sehr interessant. Ich meine, ich habe zwar Hello Neighbor nie gespielt. Weil ihr es sehen wollt, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Aber ich finde das System, Hello Neighbor mit Hitler auszutauschen, irgendwie interessant. Ich weiß, dass wir irgendwie Unterlagen sammeln müssen. Es steht irgendwie in der Beschreibung drin. Also ich habe mal kurz so ein Promo-Video auf Steam gesehen. Und da war es so viel, dass wir geheime Akten von Hitler sammeln sollen. Mehr weiß ich nicht. Es ist im Prinzip wieder so... Oh, da ist er. Irgendwie passt das Audio dazu nicht, weil der... Die Tapse kam von rechts. Er kam aber von links. Hier ist eine Falle. WTF passiert da gerade? Krabbelt Hitler auf allen Pfäden über den Boden oder ist das Spiel verbuggt? Hüeeh! Was zur Hölle tut er? Ich boxe nicht. Hitler stirbt. Was ist denn hier falsch? Ich raff das Game gerade nicht. Das war strange. Gut, kann ich jetzt pennen gehen? Nach 23 Uhr erst. Okay. Ich habe zwar keine Uhrzeit, aber ich habe einen fucking Hammer. Ich kann... Ach, guck mal. Auf 1 ist die Taschenlappe, auf 2 ist der Hammer. Man kann also verschiedene Items auch nehmen, die man auch dauerhaft benutzen kann. Den Hammer werde ich jetzt für irgendwas bestimmt einsetzen können. Ich weiß auch noch nicht genau, was. Aber für irgendwas muss der nützlich sein. Das ist die Report... Ah! Okay, der understand, der understand. Dann scheiß mal auf den Cargo. Ich nehme den Brief da wieder raus. Und pack den in die Reportbox. Der ist bestimmt dafür wichtig. Alles klar, ich verstehe. Ha! Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Hier habe ich auch noch mal eine Taschenlampe. Und hier ist mein Computer. Drücken Sie die Taste E am Computer. Drücken Sie E. Aha. Es gibt Geschäfte, Berichte, Hauptgeschäfte, Beweise. Man kann sich hier in allerlei Scheiß umgucken. Das ist ja mega interessant. Warum machen wir das im Moment? Es ist jetzt 9 Uhr. Okay. Geschäft. Wir können uns also Fernbedienung kaufen. Wir können uns Geld verdienen und uns dafür Items kaufen. Wie Fallen, Schockkugeln, Walkie-Talkies, Drohnen. Alles klar. Im Berichtsheft ist nur der Brief bisher drin. Ohne, dieser Teil ist verschlüsselt. Senden wir ihn einfach mal und gucken, was passiert. Es gibt zwei Bitcoin. Okay, man verdient hier Bitcoins. Und ich würde bestehen... Ich würde bestehen... Moment mal kurz. Was heißt denn es auf Englisch? Richtig. ID und Pass. Ich würde bestehen. Nein! Ohne, warum bin ich hier so nicht zurück? Ich habe doch schon so viel geschafft. Na gut. Hitler geht in sein eigenes Haus und schleiche da rein. Dann schleiche ich ihm einfach mal hinterher und hole mir die Forsterkammer wieder. Und nachher seinen Brief. Dank ich hinter ihm bin, merkt er mich irgendwie nicht. Fuck! Das war dumm. Einbrecher, nix da. Verpiss dich. Hitler kriegt mich eh von daher scheiße ich mehr drauf. Obwohl halt, ich habe eine andere Idee. Ich lasse ihn einfach abgelenkt und renne einfach schnell in sein Haus hoch. Das hatte ich, glaube ich, für die beste Idee. Um mir schnell den Vorschlagkammer zu snacken. Oder ich... Äh, hoch, 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 hoch. Versteck mich einfach. Weil der kriegt ja mich ja nicht. Hoffentlich. Das ist eigentlich die einfachste Methode. Hitler, ich habe mich versteckt. Wie Anne Frank im Schrank. Schön vor dir versteckt. Ich bin hier nicht. Ich schreibe nur ein Tagebuch. Liebes Tagebuch. Heute hat Hitler mich schon wieder gesucht. Verdammte Axt. Was mache ich jetzt? Original Zitat aus Anne Franks Tagebuch. Der Vorschlaghammer ist weg! Oh no! Oh, sein Laptop. Den habe ich jetzt. Okay. Noch ein Laptop. Okay, ich habe jetzt ein paar Sachen gefunden, die ich vielleicht wegbringen könnte. Nur den Vorschlaghammer halt nicht. Aber wenigstens ein paar Sachen, an denen ich Geld verdienen kann. Wo ging es hier nochmal raus? Was ist denn das für eine Dusche, Alter? Hat der hier eine eigene Gaskammer gebaut? Das ist ein Aufzug! Krass! Ich bin doch nur hier! Ich kann alles in die Box schmeißen. Hitler, was... Hitler, was machst du da? In meinem Haus einfach mit Sachen nach mir schmeißen? Sorry, das finde ich ein bisschen... Finde ich ein bisschen gemein. Mit Sachen auf mich in meinem eigenen Haus schmeißen? Das gehört sich aber gar nicht. Hitler! Das ist nicht cool? So, nein, ich möchte gerne Geschäft... Nein, wo war denn das hier? Bericht, genau. Einmal senden, den Laptop. Mein Geld, was ich behalten hatte, behalte ich auch. Die Karte... Auch nochmal schön verschicken. Oh, ein Rares-Item. Und noch ein Laptop, komm. Wir haben uns heute richtig Mühe gegeben, ey. Das ist schön. Ich kann mir also was kaufen. Das mache ich dann später mal. Erstmal möchte ich hier... meinen Flashlight wieder mitnehmen. Dankeschön. Und deinen Brief aus dem Briefkasten holen. Der bestimmt schon wieder ankam. Denn Hitler hat eine Mail bekommen. Oder auch nicht. Nee, der ist flat weg. Okay, ich könnte mir also was kaufen. Das mache ich im nächsten Part, liebe Leute. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann sag's mir auf jeden Fall in die Beschreibung. Ich finde das Ganze sieht interessant aus. Aber wenn ihr mehr Bock drauf habt, man hättet Hitlers düsteres Geheimnis zu kommen. Vielleicht entdecken wir ja wirklich noch das Bernsteinzimmer. Oder aber den Heiligen Kral. Kral vor allem, Heiligen Kral. Irgendwas werden wir noch finden. Hitler hat immer irgendwas versteckt. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten immer schön abonnieren. Die Glocke penetrieren. Like nicht vergessen. Ihr wisst ja wie es ist. Abonnieren. Favorisieren. Die Glocke penetrieren. Und mit Scheiße beschmieren. Verkette Reihenfolge. Egal. Auf dann auch bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Bla 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 bla.